Weil alle bei euch auf der Leitung waren. Das ist ja alles in Besuch, jawohl, wenn sie einen Besuch machen. Es ist eben zur Überzeugung gekommen, dass seine Kräfte dem Alterungsprozess allmählich zum Opfer fallen und dass für diese Aufgabe eine Persönlichkeit nötig ist, die im Vollbesitz der Kräfte ist. Wünschen Sie sich für den Neuen? Haben Sie da noch irgendwelche... Es waren bewegte Jahre, die große Anforderungen an ihn gestellt haben. Wichtig waren vielleicht auch die Reisen in verschiedene Länder, an die Länder, wo er, glaube ich, doch sehr sechensreich wirken konnte. Und Freunde finden konnte. Noch mal besuchen, oder? Ich glaube, das Jahr alles in Besuch, jawohl, wenn sie einen Besuch machen. Aber er hat sich mit Gottes Hilfe und mit seinem eigenen Einsatz, glaube ich, doch gut geweistet. Dass er menschlich anerkannt wird von den Gläubigen und auch den Nichtgläubigen. Ich glaube auch kaum, dass er jetzt noch weitere Werke da schaffen wird. Es fehlt ja auch dann doch irgendwie, wie soll ich sagen, die geistige Energie dann schluss. Ich glaube kaum, dass er noch weitere Werke schreiben wird. Erstens, dass er nicht Italiener Papst wurde und dass ein Papst dann sein... Nein, das ist ein Märchen von den Dringendien-Vatikanten. Das ist ein pures Märchen, da hat niemand intrigiert ihn. Danke Ihnen und ich hoffe, dass die Karte Witter nicht zusetzen wird. Jetzt, im Moment glaube ich, dass die Aufgabe noch beim Europäer bleiben wird. Jetzt, nachdem ich zwei Wochen zurückgekriegen... ...dass ich jetzt hier noch mal wircheinen. Ja, ja. Geht's mal. Ich schreib' ruhig auf. Ich schreib' euch die Stunde nachher. Ich schreib' euch die Stunde nachher, dass die... Ja, ja. Also die Gäste ist die Stunde malher und föh' die Linie...